»Wir haben wir ein Video nicht sehen.« »Wir haben wir ein Video nicht sehen, das ist es für mich.« »Wir haben wir eine kleine Hose.« »Mit der Anapurter war dann ein Altbett.« »Statt.« »Guck mal.« »Guck mal.« »Guck mal.« Ja, das ist so gut. Ja, das ist so gut. Wahnsinn. Wahnsinn. Hat er gesagt, wie lang ist das? Ja, 100 Stunden. Das passt hier nicht mehr auf den Fotoapparat. Guck mal, da läuft ein Film. Ja. Und da ist diese Gondel drauf, Mama. Was ist denn das für eine Gondel? Kann da rumfahren. Was denn, dann machst du mit dem Arm über den Dings oder wie? Was? Dann fährst du über das Wasser. Nee, oben drüber kannst du dann schön, hast du eine schöne Aussicht. Hm. Boah, diese Hucke war so was von cool. Juhu, hat jetzt die Mitte noch. Boah, ist groß, oder? Mhm. Ja, ne. Und wo sind die Pools hier? Und drinnen. Oh Gott, ja. Das ist ruhig da. Oh, ne, ganz oben. Ja. Ja. Boah, wie viele. Ein bisschen blau. Hä, da ist eine Kletterwand, oder? Das Graue. Ja. Stimmt. Und wo sind die Pools? Hinten. Ja, da denke ich auch. Boah. Aber wie der gerucht hat, ja? Mhm. Guck mal. Ja. Ja, ja, der hört. Und wo läuft da weiter? Hier. Der muss erst mal eingefahren werden. Der hat uns gesagt, der hat uns gesehen, der Kapitän. Ja. Natürlich. Er ist wahrscheinlich auch näher hier reingefahren. Der von hinten war der noch so weiter draußen. Guck mal. Guck mal. Jetzt kommen die Großen, Großen. Hey. Guck mal. Guck mal. Das ist eine Drohne. Ja. 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 Die haben das Bedrohchen entdeckt. Die sind so leise. Die sind so stark. Die haben durch Zuckerlatt hochgeguckt. Und ich kann das.